Was hat Kraft? Hast du dich schon mal das gefragt, was Kraft hat? Und dann denkst du vielleicht an deine Muckis hier so. Und dann denkst du, ja, bin ich kräftig und all das. Wir sind gewohnt, Kraft sehr einseitig anzusiedeln, aber was ist Kraft wirklich? Was hat Kraft? Natürlich, wenn durch diese Kraft Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und wenn durch ein etwas Kraftvolles Aufmerksamkeit geschenkt wird. Also der Kraft Aufmerksamkeit geschenkt wird. Wenn es Folgen hat. Wenn es beeindruckt. Wenn es hilfreich und wegweisend ist. Wenn es im Sinne von vielem ist, was auch immer das Viele im Einzelnen ist. Wenn es schöpferisch ist. Wenn sich daraus etwas entfaltet. Wenn es, und das ist ganz wichtig, wenn es durchdringt. Und wenn die Energie der Kraft im Unermesslichen ist. Wenn es nicht klein, nicht groß, also nicht wegbar und nicht messbar. Wenn es bescheiden ist. Absichtslos. Unvorhersehbar. Zusammenfügt. Natürlich unfassbare Liebe erzeugt. In Übereinstimmung ist. Wenn sich Kraft vermehrt. Schwäche und Stärke eine Einheit werden. Wenn Kraft leicht ist. Und wenn kein Schaden entsteht. Sondern Weite. All das ist Kraft. .